Ja, liebe Patientinnen, liebe Patienten, eine ganz wichtige Frage immer wieder, die mir und auch sicher vielen anderen Myelomexperten gestellt wird, ist, wann muss man denn eigentlich behandeln? Und ganz wichtig ist, dass nach den neuen Kriterien wir nicht mehr darauf warten, bis irgendein Organ durch das Myelom geschädigt ist. Was bedeutet es? Früher hat man, bevor man mit der Myelomtherapie angefangen hat, wirklich darauf gewartet, dass irgendwelche Schäden auftreten, zum Beispiel, dass sich am Knochen Veränderung gezeigt haben, also diese typischen Knochen Veränderungen, die man hier am Schädelknochen sieht, die man auch Osteolysen bezeichnet oder dass durch die Zerstörung des Knochens Calcium freigesetzt wird und dass das Calcium dann im Blut erhöht gefunden wird. Oder dass durch Ablagerung von Eiweiß die Niere in ihrer Funktion geschädigt ist oder dass durch eine starke Knochenmarkinfiltration der rote Blutfarbstoff abgefallen ist, das heißt, eine Anämie vorliegt. Das waren früher die Kriterien. Das war manchmal schwierig, einerseits für den Arzt und auf der anderen Seite aber auch für den Patienten immer darauf zu warten, bis dann irgendwo dieser Schaden eingetreten ist. Und deshalb hat man sich überlegt, dass man eigentlich doch gerne früher anfangen will. Und man hat dazu drei neue Kriterien eingeführt, die sogenannten Slim-Crab-Kriterien. Da hat man sich angeguckt, wie sieht die Knochenmarkinfiltration aus, wenn die 60 Prozent oder höher beträgt. Hat man gesagt, da fängt man mit der Therapie an. Man hat die freien Leichtketten gemessen, die, die von den Myelomzellen gebildet werden, im Vergleich zu denen, die von den normalen Plasmazellen gebildet werden. Dann hat er einen Faktor gebildet und wenn der 100 überschreitet, dann ist das jetzt neu auch eine Indikation für eine Behandlung. Und was wir immer wieder machen, das haben Sie wahrscheinlich auch festgestellt, wenn Sie ein neu diagnostiziertes Myelom haben, wir führen immer wieder eine Kernspintomographie durch, weil man dort fokale Läsionen bestimmen kann. Und die, wenn mehr als eine vorliegt, ist es auch heutzutage eine Indikation für einen Therapiestart. Jetzt will ich Ihnen mal an einem Beispiel zeigen, warum das sinnvoll ist. Hier gucken wir sich an, wie ist der Verlauf bei einem Patienten, bei dem ein Myelom diagnostiziert worden ist und wo wir jetzt die Knochenmarkinfiltration messen. Wenn die Knochenmarkinfiltration unter 60 Prozent liegt, dann ist es so, dass nach zehn Jahren 50 Prozent der Patienten weiterhin keine Endorganschäden aufweisen. Also nicht diese Knochenveränderung, nicht die Blutarmut und nicht die Nierenfunktionsstörung. Deshalb hat man gesagt, diese Patienten wird man eben nicht behandeln, sondern da wartet man den weiteren Verlauf des Myeloms ab. Wenn allerdings die Knochenmarkinfiltration 60 Prozent erreicht oder überschreitet, dann kommt es sehr, sehr rasch zum Auftreten dieser Endorganschädigung, meist innerhalb von einem Jahr schon. Und daher hat man sich dazu entschlossen, diese Patienten sofort zu behandeln. Das Gleiche gilt eben auch für diese Leichkettenratio oder für den Zustand, dass man im Kernspinten mehr als eine fokale Läsion findet. Das ist also die Behandlungsindikation. Jetzt geht es darum, wie behandelt man jetzt beim älteren Patienten, der nicht für eine Transplantation geeignet ist. Das ist bei uns meist ein über 70-Jähriger oder wir transplantieren häufig sogar bis zum Alter von 75 Jahren. Also ein über 75-Jähriger Patient war bisher die Therapie, die man durchgeführt hat, Velket, Melphalan, Brednisolon oder Revely mit Dexamethason bis zum Progressen. Damit hat man es geschafft, die Krankheit etwa zwei Jahre zurückzudrängen. Das war schon ein guter Erfolg, aber natürlich nicht der Erfolg, den man sich gerne wünschen würde. Und jetzt gibt es ja die Phase der neuen Immuntherapien und diese Phase hat sich jetzt auch in die Erstlinientherapie des älteren Patienten bereits niedergeschlagen. Man hat jetzt die Möglichkeit, diese bisherigen Therapien, Revely mit Dexamethason, VMP, VRD, um einen monoklonalen Antikörper zu erweitern. Und zwei Studien haben hier einen deutlichen Vorteil gezeigt. Die Studie mit Daratumumab, mit VMP oder mit Daratumumab plus Revely mit Dexamethason. Und Sie sehen hier in dieser Analyse, dass eben diese Zugabe dieses Antikörpers zu einer deutlichen Verbesserung des progressionsfreien Überlebens führt. Und ich hatte Ihnen vorher gezeigt, etwa zwei Jahre Krankheitskontrolle. Mit diesen Regimen hat man jetzt die Möglichkeit, über drei bis vier Jahre, man geht sogar bei dieser Studie, wo man Revely mit Dexamethason und Daratumumab als Therapie gibt, davon aus, dass man wahrscheinlich sogar fünf Jahre Krankheitskontrolle erreichen kann. Trotzdem ist es natürlich keine Heilung und es kommt wieder zum Rückfall nach einer gewissen Zeit. Und von daher ist man natürlich auch an der Suche, wie man diese Therapieergebnisse mittelfristig noch weiter verbessern kann. Wie sieht es jetzt für die jüngeren Patienten aus, bei denen wir eine Transplantation durchführen? Da sehen Sie, dass es möglich ist und es war bereits vor über zehn Jahren möglich, wo die ganzen neuen Substanzen noch nicht verfügbar waren, durch eine Stammzellentransplantation, insbesondere dann, wenn man eine komplette Remission erreicht hat, bei den Patienten lang anhaltende Remissionen zu erreichen. Und wenn ein Patient eine komplette Remission nach einer Stammzellentransplantation erreicht und inzwischen geht man sogar noch einen Schritt weiter, aber man versucht, molekulare Remissionen zu erreichen. Dann sieht es so aus, dass eben doch ein signifikanter Teil dieser Patienten auch nach 20 Jahren noch krankheitsfrei ist. Und da geht man eigentlich davon aus, dass man diese Patienten tatsächlich durch eine erfolgreiche Stammzellentransplantation, das Erreichen einer kompletten Remission heilen kann. Und die große Frage ist, es sind eben wenige Patienten bisher, bei denen man diese kompletten Remission erreicht. Wie kann man mehr Patienten in eine komplette Remission nach Transplantation bringen? Und das ist jetzt sozusagen für die jüngeren Patienten auch wieder die Aufgabe dieser neuen Substanzen. Sie sehen, hier sind verschiedene Regime aufgelistet, zweier Regime, dreier Regime, mit denen man versucht, immer mehr Patienten in eine komplette Remission zu bringen. Und Sie sehen, dass man bereits vor Transplantation durch eine Dreierkombination, hier zum Beispiel durch das VRD oder hier durch das Carfilzumib, Reblimid, sehr, sehr viele Patienten in Remission bringen kann. Bei Carfilzumib, Reblimid, Dexamethason, sogar fast 80 Prozent bereits in eine sehr gute partielle Remission. Und es geht weiter. Der nächste Schritt ist, diese wirklich sehr wirksamen Therapiekombinationen noch mit einem Antikörper, also mit einer Immuntherapie nochmals zu kombinieren. Und das machen wir im Augenblick auch in der Studie, die wir in Deutschland durchführen. Die Heidelberger Studiengruppe hat auch ein ähnliches Regime. Da nimmt man eine Dreierkombination. Hier bei uns Carfilzumib, Reblimid, Dexamethason plus Elotuzumab. Es gibt hier mehrere Zyklen vor Transplantation, dann nochmal ein paar Zyklen nach Transplantation, um sozusagen das Therapieergebnis noch weiter zu verbessern, möglichst sogar minimale, residuelle, erkrankungsfreie Situationen zu erreichen und dann Erhaltungstherapie. Was kann man sich von solchen Regimen für die Zukunft versprechen? Es gibt eine große Studie, die jetzt abgedatet worden ist, die in den USA durchgeführt worden ist. Und dort hat man eben diese Dreierkombination mit einem Antikörper eingesetzt, und zwar VRD, also Velcade, Reblimid, Dexamethason und noch ein Antikörper dazugegeben. Und Sie sehen, dass nach zwei Jahren 96 Prozent fast dieser Patienten immer noch krankheitsfrei waren. Also tatsächlich zeigt dies den Weg auf, den wir zukünftig gehen müssen. Viererkombinationen mit Antikörper, dann transplantieren und dann vielleicht hinterher noch weitere Therapien, um den Therapieerfolg zu verbessern. Immer wieder wird die Frage gestellt, einfach- oder zweifach-Transplantation. Da gab es die größte Studie weltweit, die in Europa durchgeführt worden ist, inzwischen auch publiziert worden ist. Und die hier federführenden italienischen Kollegen haben zeigen können, dass eine doppelte Transplantation doch eine deutliche Verbesserung der Krankheitskontrolle bringt im Vergleich zu einer einfachen Transplantation für alle Patienten. Und dass dieser Unterschied besonders dramatisch war, wenn sogenannte Hochrisikokriterien vorlagen. Dort ist es dann so, dass dann das mittlere, krankheitsfreie Überleben durch die zweite Transplantation sozusagen verdoppelt wird. Was haben wir also bisher erreicht? Wir gehen davon aus, dass wir für Patienten, die nicht für eine Transplantation geeignet sind, etwa sieben Jahre mit den Therapien, die wir vor fünf oder sechs Jahren verfügbar hatten, sieben Jahre Überlebenszeit erreichen und für transplantierte oder transplantations geeignete Patienten inzwischen in Richtung zwölf Jahre zielen. Das sind schon tolle Ergebnisse, aber wir wollen natürlich uns weiter verbessern. Und es gibt Situationen, wo wir diese Verbesserung besonders brauchen. Das sind zum einen Patienten, bei denen es früh nach einer Transplantation zum Rückfall kommt. Und es sind Patienten, von denen sicher einige jetzt auch hier in diese Online-Veranstaltung mit dabei sind, die sozusagen alle wirksamen Substanzen bereits bekommen haben und immer noch Krankheitsaktivität haben. Sogenannte drei-, vierfach- oder fünffach-refraktäre Patienten. Das heißt einfach, der Patient spricht nicht oder hat sozusagen auf Velcate, auf Revlimid, auf Daratumumab, eventuell dann auf Carfilzomib und Pomalidomid kein Ansprechen mehr. Und dann wird natürlich die Situation sehr schwierig. Und deshalb hat man sich gerade für diese Patienten auch neue Strategien überlegt. Eine dieser neuen Strategien sind sozusagen die Nachfolgesubstanzen von Pomalidomid und Lenalidomid. Das ist das Iberdomid und auch eine neue Substanz, die noch gar keinen Namen hat, sondern nur dieses Kürzel CC92480. Und was man weiß, ist, dass auch bei Patienten, die sozusagen auf Revlimid, Velcate, Pomalidomid und Daratumumab-refraktär sind, immer noch etwa 30 Prozent der Patienten ein sehr gutes Ansprechen auf dieses neue Zellmod. Das nennt man auch eine dieser neuen immunmodulatorischen Substanzen, nennt man jetzt Zellmods, Iberdomid haben. Und man geht eventuell davon aus, dass diese weitere Substanz sogar noch effektiver sein könnte. Ein Vorteil von Iberdomid scheint auch zu sein, dass es weniger stark das Blutbild verändert als zum Beispiel das Lenalidomid, das Revlimid oder das Pomalidomid. Das andere ist, man kann natürlich, und ich weiß es für den Patienten immer eine sehr unangenehme Untersuchung, eine Knochenmarkpunktion immer wieder durchführen. Da wollte ich auch nochmal dafür werben. Professor Korthin wird später auch nochmal dazu berichten. Was kann man aus dem Knochenmark auch für die Therapie lernen? Man kann lernen, welche Substanzen wirken. Man kann eventuell auch neue zielgerichtete Behandlungen finden. Hier ein Beispiel. Es war ein Patient, der war intensiv vorbehandelt. Und wir haben dann eine sehr genaue genetische Analyse seiner Myelomzellen durchgeführt und zwei Veränderungen gefunden. Eine Translokation L114 und eine Mutation V600E. Und hier gibt es eben Daten, dass man zum Beispiel bei einem Patienten, der eine V600E, eine sogenannte BRAV-Mutation aufweist, mit dieser neuen Substanz tatsächlich Patienten, die einen massiven Rückfall ihrer Erkrankung haben, wieder in Remission bringen kann. Und das andere, was wir ja bei dem Patienten gefunden haben, waren diese L14-Translokationen. Und hier gibt es auch wieder eine gezielte Therapie. Die Substanz heißt hier Venetoclax. Und Sie sehen, dass Patienten, die diese L14-Translokationen aufweisen, ein sehr gutes Ansprechen auf diese Substanz haben. Im Unterschied zu Patienten, die eben diese Veränderung nicht haben. Also ein weiterer Grund, Knochenmarkuntersuchungen durchzuführen, um nach dieser speziellen Veränderung zu suchen, die auch zum Teil erst im späteren Verlauf des Myelombs dann gefunden wird. Und ein Beispiel, wie diese Substanz tatsächlich sehr erfolgreich wirken kann. Hier ein Patient, der hat VCD bekommen. Und dann ist er mit Revlimid, Doxorubicin, Dexamethason und Bortezum mitbehandelt worden. Hat dann Taratumum, Apomalidum mit Dexamethason bekommen. Immer nicht angesprochen. Stammzelltransplantation auch kein Ansprechen. Und dann eben diese neue Substanz in Kombination. Und Sie sehen, der Patient hat hier innerhalb kürzester Zeit eine fast komplette Remission erreicht. Also wiederum wirkt wichtig, Knochenmarkuntersuchungen, um das zu finden. Dann aber die neuen Dinge, jetzt habe ich gerade so ein Feedback, neue Dinge, das sind sogenannte zellbasierte Immuntherapien. Da will ich auch kurz drauf zu sprechen kommen. Die Idee der Immuntherapie ist, dass die Patienten häufig wenige funktionsfähige Immunzellen haben. Das heißt also, dass es schwierig ist. Der Patient kommt häufig zu mir und fragt mich dann, ja, warum hat mein Immunsystem so versagt? Ich komme eigentlich mit Infektionen meist ganz gut zurecht. Aber der Tumor wächst und das Immunsystem kann dem Tumor nicht Einhalt gebieten. Und das liegt eben daran, dass es wenige Immunzellen gibt, die den Tumor erkennen. Und dass viele dieser Immunzellen, die den Tumor dann doch noch erkennen, funktionsunfähig sind. Und deshalb ist die Strategie, wie kann ich mehr Immunzellen generieren, die funktionsfähig sind und noch den Tumor erkennen können. Und eine dieser Strategien hier sind die sogenannten bispezifischen Antikörper. Und hier wird ein ganz spezielles Molekül vorgestellt, die sogenannten Byte-Moleküle, die von der Firma Amgen entwickelt worden sind. Und diese kleinen Moleküle haben eine Bindungsstelle an das CD3-Molekül. Das ist auf den T-Zellen und an ein Oberflächenantigen einer Tumorzelle. Und was man letztendlich hier erreicht, ist, dass dieses kleine Molekül sich an eine Immunzelle bindet, die eine ganz andere Aufgabe hat. Und dann hat es noch eine zweite Bindungsstelle. Mit dieser beiden Bindungsstelle bindet sich dann dieses Molekül an die Tumorzelle. Das heißt, es kommt zu einer direkten Verbindung zwischen der Immunzelle und der Tumorzelle. Und das wiederum nennt man eine sogenannte immunologische Synapse. Und dann macht diese Immunzelle, die zum Beispiel gegen das Grippevirus gerichtet ist, plötzlich was ganz anderes. Sie zerstört nämlich die Tumorzelle. Und das Prinzip hat man dann letztendlich in die Klinik übertragen. Und da waren wir in Würzburg sehr glücklich, dass wir von Anfang an bei der Entwicklung dieser neuen Moleküle mitbeteiligt waren. Und eigentlich von der Pilotstudie bis zur Zulassungsstudie solche Moleküle zunächst mal allerdings jetzt bei Non-Hodgkin-Lymphomen der akuten lymphatischen Leukämie durchgeführt haben. Es gibt eine Reihe von weiteren Molekülen, die wir hier bei vielen soliden Tumoren einsetzen. Es geht aber heute vor allem ums Myelom und ich darf Ihnen jetzt eine Studie vorstellen, die wir gemeinsam mit den Kollegen in Frankreich durchgeführt haben. Da hat man eben gerade dieses Prinzip auch beim multiplen Myelom eingesetzt und hat bei der höchsten gut verträglichen Dosisstufe eine Ansprechrate von 70 Prozent gefunden. Und 50 Prozent der Patienten, die massiv vorbehandelt waren, haben eine komplette Remission und MRD-Negativität erreicht. Und ein Teil der Patienten ist noch in weit in anhaltender Remission. Diese Substanz musste als Dauerinfusion gegeben werden. Das war natürlich für die Patienten nicht immer sehr angenehm. Und deshalb hat die Firma dann entschieden, dass man dieses spezielle Molekül nicht weiterentwickelt, sondern ein anderes Molekül, das sehr ähnlich ist, aber das mal einmal wöchentlich appliziert. Und dieser Erfolg hat eigentlich dazu geführt, dass viele andere Firmen sich auch mit diesen bispezifischen Antikörpern jetzt beschäftigen. Und da gibt es hier ein neues Molekül, das jetzt von der Firma BMS und Sergin vorangebracht wird. Und Sie sehen, hier ist schon die Anwendung angenehmer. Das ist hier keine Dauerinfusion, sondern hier wird einmal pro Woche gegeben und dann schließlich alle zwei Wochen und dann monatlich. Und das Ganze eben auch bei stark vorbehandelten Patienten. Hier sieht man mal die Nebenwirkungen. Also hier zunächst mal, wie die Patienten waren massiv vorbehandelt. Sie haben nicht mehr angesprochen auf Welke, nicht mehr auf Reblimit, nicht mehr auf Daratumumab. Also wirklich sehr weit vorbehandelte Patienten. Die Nebenwirkungsquote war relativ gering. Nur bei drei Prozent waren wirklich schwerere Nebenwirkungen im Sinne eines sogenannten Cytocain-Release-Syndroms darstellbar. Und dann waren zum Teil Blutbildveränderungen auch darstellbar. Das Ansprechen ähnlich gut wie bei der anderen Studie, die ich gezeigt habe. Fast 90 Prozent ansprechen, 40 Prozent komplette Remissionen. Der Patient ist immer noch in anhaltender Remission. Und also auch hier wieder Beweis, dass diese neue Therapie auch bei weit fortgeschrittenen Patienten sehr effektiv ist. Und es gibt noch eine weitere Substanz jetzt von der Firma Janssen. Teclistamab. Auch hier wiederum gute Verträglichkeit, eine gewisse Hämatotoxizität. Und man sieht hier auch, dass diese Patienten sehr, sehr gut auf diese Therapie ansprechen. Und auch hier wiederum bei massiv vorbehandelnden Patienten zum Teil Penda-Refraktär, also nicht mehr ansprechen. Auf Revolimid, Pomalidomid, Daratumumab, Carfilzumib und Velcate. Dass wir auch diese Patienten sehr gut noch auf diese neue bispezifischen Antikörper ansprechen. Also, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige und auch sehr gut verträgliche Form der Therapie für im Augenblick sehr stark fortgeschrittene Patienten. Dann die wahrscheinlich stärkste Therapie ist die sogenannte KT-Zell-Therapie. Da wird Ihnen später Professor Huditschek nochmal ein paar Dinge erklären. Was hier besonders ist, dass man wiederum diese Immunzellen, die eigentlich eine andere Funktion haben, mit einem neuen Rezeptor ausstattet. Und dass dieser neue Rezeptor dann diese Immunzellen in die Lage versetzt, verschiedene Oberflächenmoleküle auf der Tumorzelle zu erkennen und dann im Weiteren diese Tumorzelle eben auch zu zerstören. Also man manipuliert direkt die Immunzelle im Unterschied zu den bispezifischen Antikörpern, die sozusagen eine Brückenfunktion zwischen Immunzelle und Tumorzelle herstellen. Wie läuft das Ganze ab? Man nimmt Immunzellen vom Patienten, die werden dann, das ist eine Leukapherese, also wie bei einer Stammzellgewinnung, werden die Blutzellen abgeschöpft. Die werden dann im Augenblick noch nach USA transferiert. Dort werden sie über mehrere Wochen sozusagen kultiviert und dann wird dieser neue Rezeptor eingebaut, die Zellen vermehrt und dann kommen sie wieder zurück nach Deutschland. Dann kriegt der Patient etwa vier bis sechs Wochen, manchmal dauert es auch ein bisschen länger, nach dieser Entnahme der Zellen eine Chemotherapie, die etwa über drei Tage geht. Da werden dann die Lymphozyten im Körper des Patienten sozusagen unterdrückt, damit sich diese neuen Immunzellen, die jetzt hier genetisch verändert, wieder zurückgegeben werden, optimal vermehren können. Und dann muss der Patient etwa 14 Tage stationär bleiben, wo man wegen Nebenwirkungen den Patienten dann überwacht. Und der durchschlagende Erfolg dieser Therapie war bei diesem Mädchen zu erkennen, Emmy Whitehead, die im Alter von vier Jahren eine ganz schwer verlaufende akute Leukämie entwickelt hat. Sie hat nicht mehr angesprochen auf alle Formen der Chemotherapie, der bei den bekanntesten amerikanischen Zentren behandelt worden hat. Man hat den Eltern dann schon gesagt, das Mädchen ist nicht mehr behandelbar. Es wird jetzt leider sterben. Und dann hat man sie sozusagen als eine der ersten mit KT-Zellen dann behandelt. Die Emmy hat eine Infusion solcher KT-Zellen bekommen und ist jetzt seit über sechs Jahren krankheitsfrei und damit wahrscheinlich geheilt. Und dieser Erfolg hat sozusagen die KT-Zell-Therapie massiv vorangebracht. Aber ich muss sagen, KT-Zell-Therapien haben auch Nebenwirkungen. Ein Teil der Patienten entwickelt hohes Fieber. Bei Myelom eher weniger, gibt es Neurotoxizitäten. Das heißt, der Patient kann plötzlich nicht mehr schreiben, kann sein, dass er das Bewusstsein verliert, dass er epileptische Anfälle bekommt. Das heißt also, diese Therapie kann Nebenwirkungen machen. Und ich möchte hier einfach an diesem Schema mal zeigen, wie ausgeprägt diese Nebenwirkungen auch sein können. Also das ist sicher eine Therapie, die eben auch mal intensivmedizinisch überwacht werden muss dann. Aber, und das ist das Erfreuliche, wer diese KT-Zell-Therapien bei den akuten Leukämien oder Lymphomen eher häufiger diese Nebenwirkungen machen, ist es beim Myelom bei den bisherigen Studien relativ wenig ausgeprägt gewesen. Sieben Prozent hatten diese schwereren Formen dieses Zytokin-Release-Syndroms oder der Neurotoxizität. Und wir haben gesehen, dass die Patienten ein sehr, sehr gutes Ansprechen trotz massiver Vorbehandlung haben. Ich darf Ihnen einmal einen Patienten zeigen, wo man wirklich diese enorme Wirksamkeit der KT-Zellen sieht. Der ist also massiv vorbehandelt worden. DARA-VD hat vorher vier andere Therapien gehabt. Dann haben wir KDD-PACE, also carfilzolibhaltiges, sehr intensives Chemotherapie-Regime durchgeführt. Wieder kein ansprechendes Progression. Ist mit einer riesen Tumormasse dann in diese KT-Zell-Therapie gegangen. War praktisch auf alle Therapien resistent. Und Sie sehen, innerhalb von weniger Tage waren die Myelom-Zellen sozusagen ausradiert. Also unglaubliche Effizienz einer Therapie, die ich in der Form noch nie gesehen habe. Ein anderes Beispiel. Hier sieht man, diese KT-Zellen werden infundiert. Sie vermehren sich im Patienten, bleiben dann auf einer hohen Stufe hier im Körper vorhanden. Und Sie sehen hier auch hier wiederum einen raschen Abfall der Tumorzellen im Patienten. Und hier sehen Sie, das ist ein PET-CT. Hier war der Patient dann doch eine sehr intensive Knochenmarginfiltration und hat dann hier nach bereits nach einem Monat eine komplette Remission seines Myeloms nach dieser KT-Zell-Therapie erreicht. Aber man muss sagen, bei diesen sehr fortgeschrittenen Patienten, bisher sind es überwiegend Patienten gewesen, die sechs verschiedene Therapien vorher schon hatten und praktisch auf nichts mehr angesprochen haben, hat man zwar sehr viele Patienten in eine komplette Remission gebracht, aber die Krankheit kam doch beim erheblichen Teil der Patienten wieder zurück. Und deshalb ist jetzt im Augenblick die Frage, wie kann man die Therapie noch weiter verbessern? Und da muss man sagen, da gibt es verschiedene Strategien. Man versucht zum einen die Persistenz, also praktisch das Weiterleben dieser KT-Zellen im Körper zu verbessern. Man versucht sozusagen die Tumorzelle anfälliger zu machen für diesen Angriff der KT-Zellen. Und man versucht auch, was bei Myelom eine Rolle spielen kann, dass man dieses Mikromilieu, in dem die Myelom-Zellen sind, so verändert, dass die KT-Zellen besser angreifen können. Was man leider sagen muss, ist, dass weltweit Deutschland und Europa insgesamt etwas hinten hängt, was die Entwicklung dieser KT-Zellen anbetrifft. Hier sind mal die Studien aufgelistet, über 400 Studien weltweit. Davon 164 in USA, 292 in China. Also China ist hier führend für die KT-Zelltherapien. Und in Europa hängen wir mit 34 Studien weit hinter den Amerikanern und Chinesen zurück. Deshalb sind wir auch sehr stolz und sehr froh, und da wird nachher Herr Professor Huditschek auch darüber berichten, dass wir jetzt in Würzburg sozusagen eigene KT-Zellen entwickeln, die einen ganz neuen Gentransfer aufweisen, also eine neue Art, diesen neuen Rezeptor in die Immunzellen einzuschleusen. Das macht die Produktion, die Generierung der KT-Zellen schneller. Das heißt, man muss nicht so lange warten zwischen der Entnahme der Zellen und dem Rücktransfer der Zellen. Und wir haben ein neues Target, sodass wir eben auch Patienten, die auf BCMA-gerichtete Immuntherapien nicht mehr ansprechen, mit diesen neuen KT-Zellen behandeln können. Ich hatte Ihnen schon gezeigt, es ist das, was wir bisher erreicht haben. Und ich gehe davon aus, dass mit den neuen zielgerichteten Therapien, aber vor allem mit den neuen Immuntherapien, den bispezifischen Antikörpern und den KT-Zellen, das Überleben und die Heilungschancen bei Myeloma bereits in einer nahen Zukunft werden weiter dramatisch verbessern können. Und damit möchte ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken und freue mich, wenn Sie jetzt eine Frage noch an mich haben. Falls Sie jetzt Fragen haben, schreiben Sie uns bitte im Chat, dass Sie sich zu Wort melden wollen. Und dann dürfen Sie Ihr Mikrofon einschalten für Ihre Frage und dann bitte wieder ausmachen. Möchte jemand eine Frage an Herrn Professor Einzelne stellen? Stille? Ja, der Herr Dr. Zempel ist hier am Apparat. Grüße Sie. Professor, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sehr gerne. Ich bin seit 2016 aktiv myelomkrank. Habe, wie Sie formuliert haben, relativ viele Möglichkeiten in Leipzig bekommen für die Behandlung. Zurzeit nehme ich Daratumumab und eine Tablette mit dem, da kenne ich den Wirkstoff nicht. Das war schon ich Reblimid. Nein, das heißt Imnovid. Ja, dann ist das Imnovid, das ist Pomalidomid dann. Ja, okay. Es scheint mir sehr gut zu tun. Ich bin jetzt seit Anfang des Jahres, also immerhin 600. Und Kortison haben Sie nicht dazu noch? Keine Kortison, kein Dexamethason, nichts. Mein Zustand ist jetzt so relativ stabil. Ich hatte schon mal eine Phase der Remission, 2017. Und bin dann voriges Jahr sehr erschrocken. Ein Tumor hat meinen siebten Brustwirbel zerstört, der musste operiert werden. Okay. Das heißt, und nach diesem schweren Crash habe ich Versteifung in der Brustwirbelsäule. Gut, damit muss ich jetzt leben. Und habe dann sofort nach Bestrahlung mit dieser Therapie begonnen. Also Daratumumab plus Imnovid. Ja, Pomalidomid, ja genau. Pomalidomid. Was sagen Sie aus Ihrer Sicht, Ihrer Erfahrung? Ich habe da sehr viel Hoffnung drin. Und mein behandelnder Hämatologe, Onkologe sagt... Das ist eine sehr gute Therapie. Also da können Sie davon ausgehen, die wird eine gute Wirksamkeit haben. Da freue ich mich für Sie, dass Sie so eine gute Therapie haben und dass sie so gut bei Ihnen anspricht. Ich danke Ihnen. Das würde mir schon reichen. Danke. Danke. Danke.